Herzlich willkommen zu Unterturlesern, das sechste Kapitel, Energiespeicherung. Das geht jetzt nicht wie folgt. Wir wollten uns zunächst mal über Speichercharakteristika unterhalten. Dann schauen wir uns die verschiedenen Speicher-Technologien an. Zunächst mal mechanische Speicher, das sind Pumpspeicherkraftwerke und Luftluftspeicher. Dann die chemischen Speicher, Wasserstoffspeicher, Brennstoffzellen, Power-to-Gas, Redox-Flow-Batterien und die Zerion-Batterien. Dann die elektrischen Speicher, das sind hier die Kondensatoren und dann Speicher im erneuerbaren Energiesystem. Kommen wir zunächst zu den Speichercharakteristika. Wir schauen uns zunächst mal den Wirkungsgrad an. Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von abgegebener, also zugeführer Energie, aber oftmals wird von Batterieherstellern nur der sogenannte Kulose-Wirkungsgrad angedeutet. Das ist nämlich das Verhältnis von eingespeister und entnehmbarer Ladung, Ampere-Sekunden oder Ampere-Stunden. Dabei ist aber zu beachten, dass die Ladespannung höher als die Endladespannung ist, sodass der energetische Wirkungsgrad stets kleiner als der Kulose-Wirkungsgrad ist. Dann die Leistung natürlich, die Leistung, die man maximal entnehmen kann. Das hängt auch von der Speichertechnologie ab, aber manche sind da sehr tolerant, können sehr viel Leistung abgeben. Bei anderen genau das Gegenteil, da muss man sehr aufpassen, wie hoch die maximale Leistung ist. Die Speicherkapazität ist der allerwichtigste Parameter. Das sind praktisch die Kilowattstunden oder Megawattstunden, Gigawattstunden, die da reinpassen in den Speicher und natürlich wahrstätig für die Kosten des Energiespeichers. Oftmals ergibt es auch den Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Kapazität. Man kann teilweise nicht die volle Speicherkapazität entnehmen, weil es sehr zu Lasten der Lebensdauer ergeben wird. Zum Beispiel bei Bleisöl-Batterien ist es in stationärem Betrieb, also immer empfehlenswert, nur etwa die Hälfte der Speicherkapazität tatsächlich zu nutzen. Kommen wir aber nachher nochmal genau drauf zu sprechen. Dann die Energiedichte, entweder in Kilowattstunden pro Kubikmeter oder Kilowattstunde pro Kilogramm. Das beschreibt das Verhältnis der nutzbaren Energiemenge zum Masse oder Volumen des Speichersystems. Je nach Applikation ist der Raumbedarf begrenzt oder das Gewicht des Speichersystems der Auswahlkriterien, insbesondere bei Elektromobiltätern für mobilen Anwendungen. Die Entladezeit, die wird gemessen in Sekunden oder Stunden. Das ist praktisch die Zeitbereiche, in dem eine bestimmte Energiemenge aufnehmen oder entnommen werden kann. Das hängt natürlich irgendwie mit der Leistung, die wir vorher gesehen haben, zusammen. Dann hat man noch, was wichtig ist, die Selbstentladerate, das ist im Grunde selbsterklärend der Begriff. Das hängt natürlich auch von der Technologie ab, zum Beispiel Kondensatoren, hat eine sehr hohe Selbstentladerate, also Doppenschichtskondensator, also elektrische Speicher. Oder auch, wenn man karmische Energie in den Speicher hat, das ist auch eine große Rolle oder Magnetverluste. Oder selbst bei Wasserkraftwerken spielt natürlich die Verdunstung auch eine Rolle. Die Zyklenzahl ist ein weiteres sehr wichtiges Kriterium. Das ist natürlich die maximale Anzahl von Lade- und Entladezyklen. Gerade bei chemischen Speichern ist es sehr begrenzt, da von mehr der 100 bis mehr der 1000, das wären zum Beispiel jetzt beim Pumpspeichergraftwerk, das ist nahezu unbegrenzt, da kann es also in die Hunderttausende, die Zyklenzahl in die Hunderttausende gehen. Oder bei den elektrischen Speichern, oder zwischen elektrischen Kapazität hier hat. Natürlich sind nur all weitere Kriterien, sind auch Wartungsaufwand, Zukunftszeit, also manche Speicher können da nicht sofort Energie liefern, es ist praktisch eine gewisse Prozeit vorhanden, die Speicherdauer, Recyclingfähigkeit, Temperaturempfindlichkeit oder Sicherheitsrisiko. Hier ist ganz einmal handübersichtlich dargestellt. Zunächst war die vorher schon dargestellte Einleitung, mechanisch, chemisch, elektrisch und thermisch. Der mechanische Speicher war wahrscheinlich kennengelernt hier, den Pumpspeicher, es gibt es weiterhin noch den Druckluftspeicher, damit benutzt wird die kinetische Energie des Gasdrucks verwendet, beim Schwungrad wird die kinetische Energie der rotierenden Masse verwendet. Er chemisch, das ist natürlich verschiedene Batteriespeicher, Leisäurebatterie oder Lithium-Ionen-Batterien, das ist die chemische Energie durch Redoxreaktion, Wasserstoff ist gerade ganz aktuell, die chemische Energie genauso durch Redoxreaktion, elektrisch, habe ich schon den Kondensator erwähnt, das elektrische Kondensator, das ist die elektrische Energie im elektrischen Feld, oder bei einer Spule ist es die elektrische Energie im magnetischen Feld. Vonhalb gibt es natürlich auch Wernenspeicher, das die thermische Energie der Teilchenbewegung speichert und später dann nützbar macht. Zunächst war hier nochmal Pumpspeicherkraftwerke, ist beim Wasserkraftkapitel ja schon dran gewesen. Das sind Wasserkraftwerke, bei welchem Wasser zwischen dem höher gelegenen Oberbetten und dem tiefer gelegenen Unterbecken ausgetauscht wird. Das Oberbecken können zum Teil günstig angelegte Seenseilen, und bei Schwachlastzeiten wird Wasser vom Unterbecken in das Oberbecken gepumpt, bei Spitzenlastzeiten genau umgedreht, da nennt es erstmal Wasser aus dem Oberbecken ins Unterbecken, natürlich über die Turbine und erzeugt dabei Strom. Da die elektrische Energie durch die Konversion der potenziellen Energie im Wasser umgewandelt wird, der speist man die Stromnetze. Die Formeln kennen sie im Grunde schon, also dieses B gleich V mal Rho, das ist die dichte des Wasser mal B, mal der Höhenunterschied und der kombinierte Wirkungsgrad aus Rho, Turbine und Generator. Und wenn man das Ganze jetzt noch differenziert, oder nach der Zeit ableitet, ob man dann P gleich M Punkt, und damit V Punkt mal Rho, B mal G, mal H und B, U mal die Wirkungsgrad Rho, Turbine, Generator. Hier hat man das Ganze nochmal dargestellt, wie gesagt, das war in Kapitel 4.1 Wasserkraft eigentlich schon mal erklärt. Die charakteristischen Daten, die Leistung ist nicht sofort da, natürlich muss das Wasser zuerst einströmen in die Ruhe und die Turbine muss hochlaufen, ebenso der Generator, so dass es für ein bis drei Minuten braucht, bis es da ist. Das ist aber im Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken, Kohlekraftwerken zum Beispiel, so relativ schnell eine Minute Hochlaufzeit. Gaskraftwerke brauchen circa acht Minuten, Traukohlekraftwerke können es bis zu acht Stunden brauchen. Dadurch eignet sich die relativ schnelle Startfähigkeit, eignet sich das Ganze zur Gärtung der Residuarlast, das heißt die Last übrig bleibt, wenn man jetzt von Ausgitter von Zukunft die gesamte Energieversorgung mit erneuerbarer machen will, und insbesondere Wind- und Solarenergie hat, die doch auch mal schwanken. Und das, was übrig bleibt von der Last, das halt noch nicht abgedeckt ist, nennt sich dann Residuarlast und die müssen wir dann durch Speicher beispielsweise abdecken. Wirkungsgrade auch schon genannt bei der Wasserkraft, ich glaube eins gehabt mit dem Wirkungsgrad von 77 Prozent, der Bereich liegt etwa zwischen 65 und 85 Prozent. Zusammen haben alle Fuchspeierkraftwerke 6,2 Gigawatt, von allein schon Goldestahl hat man eine Leistung von 1 Gigawatt und eine Speicherkapazität von 8 Gigawattstunden, 8,4 Gigawattstunden. Die Stelle natürlich günstig für das Systemverhalten, ist allerdings so, dass verschiedene Fuchspeierkraftwerke einfach nicht gebaut werden, weil im Augenblick ja die Strompreise durch den Verdrängungstrittbewerb sehr niedrig sind, und dass es für den Investoren jetzt kaum lohnt, in neue Pumpkraft, Speicherkraftwerke zu investieren, weil der Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf zu gering ist. Man kann zwar sehr günstig Strom kaufen, aber man bekommt von den Spitzenlaststrom eigentlich nur sehr wenig, sodass also zum Beispiel hier in der Nähe in Wöckstadt waren Speicherkraftwerke geplant, und kam dann nicht zur Ausführung des Baus, weil es tatsächlich nicht finanziell lukrativ war. Ein normaler Vorteil, also das ist ein Speicher, nicht nur kurzfristiges Speicher, sondern kann auch einen Langzeitspeicher, das heißt einen saisonalen Speicher, lässt sich damit auch realisieren. Ich habe kurz zu meiner Tabelle zusammengefasst, den Wöckungsgrad hatte ich schon genannt, 5.60 bis 85 Prozent, Leistung, gut für Größenengraftwerke 2,3 Megawatt bis 1.060 Megawatt, wie gesagt Goldestahl, ist aber natürlich auch mit Microhydropower, sind wesentlich geringere Leistungen natürlich auch möglich, wenn sie in Paderborn bei der Brauerei sind, das hat nur eine Leistung von ungefähr 10 Kilowatt. Speicherkapazität in Deutschland bis maximal 8,48 Gigawattstunden. Andere Länder haben da, auf denen sie mehr, zum Beispiel in Norwegen, gibt es im großen Speicherseekomplex, der hat ungefähr fach des Tausendfach 7,8 TWh als Speicherkapazität. Da ist es natürlich auch überlegenswert, ob man da nicht eine Verbindung hinmacht, ist es schon geschehen, aber die fällt relativ schwach aus mit 1,2 Gigawatt. Kommt nachher noch mal drauf zu sprechen. Energie-Dichte ist 0,35 bis 1,12 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Entladezeit 4 bis 10 Stunden, kann natürlich auch länger sein, wenn du es in einer saisonalen Speicher benutzen könntest, diese 6 Monate sein. Selbstentladenrate, sprich Verdunstung, hängt natürlich auch von der Umgebungstemperatur ab und von den aktuellen Wetterbedingungen. Züchelenzahl, das passt unbegrenzt, das ist normalerweise, geht man von der Länddauer der Bauten von ca. 100 Jahren aus. Die spezifischen Investitionskosten benaufen sich auf 100 bis 500 Euro pro Kilowattstunde. Ein natürlicher Markt, das seit fast 100 Jahren. Entwicklungspotenzial besteht in der Weiterentwicklung unterirdischer Pumpspeicher, die gibt es teilweise schon im Schwarzwald. An Modernisierung kann man natürlich machen, auch so ältere Kraftwerke, die so ein paar Jahrzehnte oder im halben Jahrhundert auch Buckel haben, mit modernen Turbinen ausrüsten oder modernen Generatoren. Problem in Deutschland ist natürlich, man hat durch die Geografie nur begrenzte Standortanzahl. Druckluftspeicher, CIS, Compressed Air Energy Storage, und man nutzt praktisch die Kompressibilität von Luft und hat dann eine Form potenzieller Energie und künstlichen Speicher zu machen, lohnt sich da nicht. Also nicht ein Tank, sondern man nutzt praktisch schon gegebene Speichervolumina, zum Beispiel Salzkavernen und dann speichert man die Luft aus. Oft bald nicht nur mit der Luft, sondern kombiniert das Ganze mit der Gasturbine, um zu höheren Wirkungsgraden zu gelangen. Man muss natürlich ein Wärmemanagement machen, weil durch die Kompression entsteht, Wärme, die man am besten vielleicht speiern sollte, weil wenn man das Ganze wieder entlebt, den Druckluftspeicher, dann wird die Wärme wieder benötigt, die Düse sich da abkühlt. Und wie schon gesagt, das Ganze wird oftmals als Hybridbetrieb mit Gas realisiert. Hier sieht man das Ganze, so hier, weil wir stehen, ein Kompressor, hier ein zweistufiger, von Niederdruck und Hochdruck, dann ein Kühler, die Wärme dann wird dann wieder benutzt, oftmals hier, um den Vorwärmer zu wärmen. Und oftmals hat man, wie gesagt, den Hybridbetrieb mit Erdgasen zusammen und hat dann hier eine Gasturbine, eine zweistufige, also etwa Hochdruck und Niederdruck, um den gehörigen Wirkungsgrad zu erzielen. Hier ist natürlich unser Speicher, das allerwichtigste Element, die Kavalle. Die charakteristischen Eigenschaften, ähnlichen, die vom Kempfspeicherkraftwerken, also können wir auch Systemdienstleistungen bewerkstelligen. Man kann also von der Minutenreserve, der Beglättung der Lastkurve oder einen längerfristigen Lastausgleich, Beispiel auch, der Ausgleich von Windpoklose oder Solarpoklose-Fehlern. Insgesamt kann man sagen, diese Anwendungen dienen zur Stabilitätssicherung des Stromnetzes und kann man dann natürlich auch so als konventionelle Regelkraftwerke verwenden und z.B. andere damit ersetzen. Leider ist das kaum verbreitet. Existieren weltweit nur zwei Druckspeichkraftwerke. Das erste wurde 1978 in Grundhoff und wurde auch bei Bremen realisiert und kann für zwei Stunden 371 Megawatt liefern, braucht zur Füllung etwa acht Stunden. Das zweite Druckspeichkraftwerk befindet sich in McIntosh in den Vereinigten Staaten und die arbeiten nach dem adiabatischen Verfahren, wobei es heißt, man nutzt die Wärme, die bei der Kompression frei wird, um praktisch die Vorwärmung bei der Entnahme zu realisieren. Und wie gesagt, die ganzen können relativ schnell gestartet werden. Bei Unterob sind es acht Minute und die Whythmusgrade sind nicht so besonders. Also hier haben wir praktisch nur 40% erreicht in Deutschland und USA, gut, es waren drei Jahrzehnte später über 54% erreicht. Ja, die Energiedichte ist relativ gering, natürlich die Dichte von Luft relativ gering. Gut, man versucht das 50 bis 70 Bar zu kommen und braucht auch trotzdem noch entsprechend große Speichelfolimine nach. So ohne Räume typischerweise von 300.000 Kubikmeter bis 700.000 Kubikmeter und diese sind schon da. Also das ist deshalb kein großer Eingriff in die Umwelt im Gegensatz zur Pumpspeicherkraftwerken. Seit dieser Advanced Adiabatik versucht man natürlich diese Wärme-Rückbewindungsprozesse noch ein bisschen auszureizen. Beispiel halt hier beim Warnerspeiter das fest durch Speicher ausgeführt ist. Kurz nochmal die Daten hier, also der Räumungsgrad bisher so 40 bis 45% bezüglich so einem Gesang von Macintosh ist es ein bisschen mehr und man versucht jetzt durch die Dainery-Verbesserung Watt-Watt-Adiabatik C-A-Lies zum 62 bis 70% zu kommen. Exakt die Leistung hier 110 bis 290 Megawatt, also nicht so sonderlich viel, aber sind noch geplant Speicherkraftwerken bis in Gigawatt-Bereich Das deutsche Kraftwerk hat eine Speicherkapazität von fast mehr als eine halbe Gigawatt per Stunde und Energieträte ist geringer natürlich als bei Wasser seit 0,5 bis 0,8 Kilowattstunden pro Kubikmeter Entladezeit 2 bis 24 Stunden spricht aber natürlich nichts dagegen für so eine Dunkelflaute zum Beispiel kommen auch mehrere Tage oder Wochen das Ganze zu realisieren. Selbst Entladerade ist ähnlich aber die Bein-Punk-Speicherkraftwerken bis 0,5% pro Tag Ähnlich ist auch die Züttelnhandzahl die man fast unbegrenzt bezeichnen kann. Kosten sind 40 bis 100 Euro pro Kilowattstunde Speichert wenn man nur natürliche Vorkommen hat also wenn man es nicht günstig anlegen muss. Und Malk-Stadium also diese CIS sind Malk-Greif werden allerdings wie gesagt bis auf zwei Tippen noch nicht groß herbestellt. Diese Advanced-RD-Arbeit CIS findet sich noch im Forschungsstadium. Der Ziel ist natürlich den Bewegungsgrad zu verbessern und große Anlagen zu bauen und natürlich dieses Advanced-Adiabatic noch ein bisschen weiter zu entwickeln. Wasserstoff-Speichersysteme wunderschön einfach hier aber hat jetzt Wasser wird aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff ganz normaler Elektrolyse-Vorgang bisher spielt es noch kaum der Rolle aber in Zukunft wie haben es gerade vorhin man Altmaier gehört soll sich das sehr gewaltig ändern. Das Ganze hat natürlich den Vorteil dass alle Komponenten daraus Wasserstoff und Sauerstoff sehr umweltfreundlich sind und auch im sehr großen Maßstab verfliegbar sind. Um das zu realisieren braucht man lediglich eine Entspannung von 1,23 Volt und dann bildet sich Sauerstoff an der positiven und Wasserstoff an der negativen Elektrode. Die Speichelung des Gasthalmen und flüssigen Wasserstoff erfolgt analog zur Erbgasspeichelung in Druckbehältern oder möglicherweise in unterbordischen Salzgabern. Ich muss allerdings dazu sagen die Monoküle insbesondere Wasserstoff ist natürlich sehr klein im Vergleich zum CH4 Monokül des Erdgases und das heißt man braucht also sehr dichte Druckbehälter viel dichter als beim Erdgas auch die Ventile und Leitungen müssen erhöhen und Ansprüche genügen. Ähnlich wie bei jedem Speicher sind im Netz Strohüberschüsse verhanden so werden diese mittels des Elektrolyseurs in Wasserstoff ungewandt eingespeichert zu Rohglaszeiten also wenn im Stromnetz nicht genügend Strom zur Verfügung steht wird der gespeicherte Wasserstoff wieder rückverstromt. Dazu kommen noch Gas und Dampfturbinen oder prinzipiell auch Brennstoffzellen. In Frage werden den Kabernen gespeicherte Wasserstoff von der Brennstoffzelle zugeführt die dann aus Synthese von Wasserstoff und Sauerstoff wieder elektrischen Strom erzeugt. Dadurch wird quasi der Prozess der Elektrolyse umgekehrt und Strom wieder bereitgestellt. Das ist hier praktisch dieser Brennstoffzellenprozess. Das sieht man im ganzen System hat jetzt hier die überschüssige Energie oder zumindest die Energie die wir abspeichert und hat hier einfach Wasser und er wandelt dieses Wasser durch Elektrolyse in Wasserstoff um. Das U2 setzt man entweder frei oder speichert es ab und verkauft es dann. Dann aus den Wasserstoffmolekülen kann man dann zum Beispiel mit der Brennstoffzelle und dem Sauerstoff aus der Luft dann wieder elektrischen Strom erzeugen Bewusstgrad ist nicht ganz perfekt das heißt bleibt Wärme übrig diese Wärme kann man natürlich in Form einem thermischen Netz auch noch nutzen und den Wasserstoff kann man natürlich im Wasserstoff Netz zuführen das natürlich noch nicht so gut ausgebaut ist wie beispielsweise das Erdgasnetz aber das sind gewaltige Investitionen in Zukunft geplant. Die charakteristischen Daten als erste Einsatzmöglichkeit wird der Ausgleich von Leistungsseffiziten die Überschüsse von Prognosefeldern gesehen wie vorhin natürlich auch und das Ganze unterscheidet hier groß die nicht mehr im Detail nochmal drauf idea sagt das Ganze natürlich vom geologischen Untergrund ab und das analog praktisch zur Erdgasspeicherung sprechend gibt es auch Kavern ehemaliger Salzstöcke in Norddeutschland das hatte zudem den Vorteil dass diese Salzstöcke sich in der Nähe von den Windkraftanlagen in der Nord- und Ostsee befinden geht man von einem Speichervolumen von 8 Millionen Kubikmeter aus was dem größten Erdgas Kavern Speicher in Norddeutschland entspricht so entspricht die Rutschverstromung gewinnbare elektrische Energie ca. 1,3 Terawattstunden was man vielleicht auch im Hinterkopf behalten solle das Stadtgas Bekoartgas eingeführt wurde kennen vielleicht auch der eine oder andere des Bestands teilweise zu 50% aus Wasserstoff man hat da schon ziemlich viel Erfahrung und kann tatsächlich auch dem jetzigen Stadtgas auch noch Wasserstoff zuführen was ging das schon einige Prozent noch sodass man da grundsätzlich nicht sofort eine neue Infrastruktur brauchen würde Vorteil von Wasserstoff speichern die Energie der chemischen Bindung ist extrem groß seit wird es werden sie sogar als Raketentreizstoff verwendet und kann hier praktisch als Beispiel ist es genannt also unter 63 Kilowattstunden pro Kubikmeter komprimiert und praktisch das vergleicht mit diesem Compressed Air oder mit Pumpspeichkraftwerken das ist also nur ein kleiner Bruchteil mit circa 1 Kilowattstunde pro Kubikmeter Energiedichte der Nachteil ist der relativ geringe Bildwurfsgrad von circa 14 Prozent bei einem Kongressionsdruck von 80 Bar auch die Brennstoffzellen gibt es nicht nur als Prototypen aber hauptsächlich als Prototypen also sind auch immer relativ teuer bei Bildwurfsgrad hat sich jetzt einiges getan also das Kit in Karlsruhe Karlsruhe Institute of Technology die haben tatsächlich die Bürgungsgrade von knapp 80 Prozent inzwischen erreicht man muss dann aber schauen ob das jetzt nur die Einspeicherung oder der komplette Zyklus ist von Einspeicherung zur Ausspeicherung dann sind es nicht mehr ganz 80 Prozent aber man ist dann schon im Bereich von 60 Prozent inzwischen also gar nicht mehr so weit von den Kubspeichkraftwerken entfernt die Speichert die vorhin schon erwähnt 1,3 TWh Energiedichte ist jetzt die Kilogramm angegeben deswegen sieht sie etwas niedriger aus das ist natürlich Wasserstoff auch sehr leicht und damit haben wir Energiedichte von 33 Kilowattstunden pro Kilogramm Entladezeit von Sekunden bis Tagen die Selbstentladerade muss natürlich sehr dicht sein das Ganze als ich vorher schon erwähnt und dadurch gibt es keine nennenswerte Selbstentladung die spezifischen Investitionskosten weiß man noch nicht genau aber gibt es so viele Untersuchungen ist insgesamt noch relativ teuer es gibt also bisher nur Prototypen und erste Pilotanlage Ziel ist natürlich damit den Preis zu senken um das Ganze marktfähig zu machen hier die verschiedenen Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff was natürlich jetzt auch die Gefahr ist wenn man jetzt zum nächsten Mal gutgläubig denkt okay Wasserstoff ist jetzt gut um die Erneuerbaren abzusparen im Augenblick ist diese Damptreformation das heißt die Gewinnung von Wasserstoff aus Erdgas noch viel viel billiger als der sogenannte grüne Wasserstoff aus Erneuerbaren und spricht bei diesem dampfreformierten Wasserstoff immer so sogar ein blauen Wasserstoff das ist einfach im Grunde nur fossiler Brennstoff der hier benutzt wird es gibt ja noch verschiedene andere Verfahren hier partielle Oxidation oder Bernal Verfahren und bei all diesen Prozessen wird natürlich Kohlenstofffrei man hofft dass man das als Aktivcode absparen kann aber Gefahr ist natürlich aus Kostengrund sehr groß dass es in Form von Kohlenoxid oder gar Kohlenmonoxid an die Umwelt abgegeben wird Ausgangsstoff ist Wasser gesagt ist grüner Wasserstoff hier also Elektrolyse kann man das ganze machen er wird uns gerade relativ gering könnte theoretisch auch mit thermischer Energie arbeiten in thermochemischen Verfahren vor allem günstig beim Abwahl hat die Tempkapturen dabei sind allerdings sehr hoch könnte auch photochemische Verfahren oder photobiologische Verfahren zunehmen es gibt zum Beispiel Bakterien die Wasserstoff freisetzen Propobakterien ja man hat verschiedene Möglichkeiten der Wasserstoff Speichelung die Druckspeichelung haben wir vorher bei der Luft schon gesehen die flüssige Wasserstoff Speichelung dazu ist es natürlich notwendig den abzukühlen sehr stark abzukühlen und chemische Hybrid Speichel mit speziellen Metalllegierungen was da praktisch chemisch gebunden ist es ist natürlich viel einfacher Speichelung einer Grafit Nanostruktur ähnlich wie bei Lithium-Ionen Batterien da passiert das ähnlich hier sieht man so ein paar Beispiele von der Handlung von Messe und das ist jetzt eine Brennstoffzelle da ist sie praktisch im Grunde die Rückumwandlung von Wasserstoff und Sauerstoff in elektrischen Strom wir sehen gleich ein kleines Video dazu hier haben wir noch die Brennstoffzelle sogar in der Stacks und genau das ist jetzt das Video und down aus Italia in affili Abonn elders Vielen Dank. 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 im Endeffekt Power-to-Gas, wenn man Wasserstoff als Gas austritt, von ziemlich genau 70 Prozent hat. Bei Metallen sieht es wesentlich ungünstiger aus. Da hat man dann zusätzliche Verluste noch durch die Methanisierung. So darf man dann insgesamt auf den Gestamp-Bürgungsgrad bei diesem Beispiel von nur 56,1 Prozent kommen. Wie schon vorher genannt, gibt es da einige Fortschritte von dem Carlswell-Institut of Plain Energy. Wir haben da jetzt knapp 80 Prozent erreicht. Das Ganze muss natürlich jetzt auch, wenn man wieder Strom haben will, wieder zurückverströmt werden. Dabei sind natürlich auch wieder die ganzen Bewegungsgradketten zu berücksichtigen. Hier sehen wir das Ganze, was von der Federführung des Carlswell-Institut of Plain Energy entstanden ist. Beim EU-Projekt Helmet nennt sich das Ganze. Also von Metz steht für Methan und HDI steht für High Efficiency. Und da ist praktisch diese Bewandlung von über 75 Prozent, die neuesten Forschungsergebnisse, deuten darauf hin, dass man 80, fast 80 Prozent hat man schon erreicht und man ist relativ sicher, dass man 80 Prozent vollständig erreicht und sogar darüber liegt. Sagt, es steht für Integrated High Temperature Electrolysis and Metanization for Effective Power-to-Gas-Diversion. Ziel des Projektes ist es, die Wirtschaftlichkeit des Power-to-Gas-Verfahrens nachzuweisen und gibt Samtwirkungsgrad von über 85 Prozent zu erreichen. Das war nun ganz sicher, das wird das Ziel. 80 Prozent wird schon als relativ sicher. Die Schutzkomponente ist dabei die Hochtemperatur-Dampfelektrolyse. Mittels des erneuerbaren Stroms spaltet die Wasserdampf in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Im nächsten Prozessschritt der Methanisierung entstehen dort die Zuführung mit Polkohol-Diversion, Gasform, Megacohol-Masser-Stopp bzw. Metall. Die angestrebten Röwungsgrade sind technischer realisierbar, denn für die Verdampfung, die zur Verdampfung des Sputels notwendig ist, natürlich ist das wieder eingespart.